Haribo mit CoraFro Alle Testobjekte in diesem Video sieht Coralie zum ersten Mal Ja, also das ist so ein Kasten Das ist das schärfste Bombo der Welt Xander Das ist ein Ledermantel Und es hat so ein Metall drauf Xander Er ist speziell Das ist ein Brille Ich habe es aus und zu noch Brille Er schmeckt gleich noch Was ist das? Ok, es ist ein CD-Player Ja, das ist mega cool Es ist lässig Haribo Keine Ahnung Ein Haribo Ah, das ist von Haribo Er ist mega fein Ah, der Blerim hat mir das auch schon gezeigt Schaut mal Was brauchen Sie das für SMS? Ja, es macht halt so Musik Ich weiss nicht, ob es gehört Es gehört auch Es ist echt gross Es ist klassische Musik Oder so Ich würde sagen, einfach so vom Stil her Man muss es tragen können Ähm, ich kann es jetzt Weil mir stehen die Brillen sehr Ja, also Vielleicht kann man es auch so Ein bisschen runter Ja, also ich kann in dem aber kein SMS schreiben Das ist mega schwierig Du darfst eine Werbung für Haribo machen Was? Oh mein Gott, Leute Habt ihr das gerade mitbekommen? Also ich darf für Haribo eine Werbung machen Im Fernsehen Und ich habe ja gerade das mega gute Produkt getestet Und ich habe es mega geliebt Also ich bin mega Fan von dem Und Haribo mit CoraPro Wieso hat da kein Loch?